Hallo Leute und damit herzlich willkommen, ja, ich weiß gar nicht, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Angry Birds, ja, tatsächlich, es geht mal weiter, ja, wir haben vielleicht schon gedacht, das Projekt gibt es nicht mehr, aber dieses Projekt gibt es doch noch. Ähm, genau, wir spielen das Ganze jetzt auf Windows 11 auf einem virtualisierungsfähigen Laptop, das kann nämlich mein Haupt-PC nicht, deswegen machen wir das Ganze auf dem Laptop, ähm, ja, und zwar gibt es bei Windows 11 ja das wunderschöne Subsystem und darüber zocken wir das jetzt, das gibt es ja auch für Linux, da sogar schon in der zweiten Generation, jetzt in der ersten Generation auch, ähm, für Windows 11 ist jetzt auch schon ein paar Monate, für Windows draußen, auch für deutsche Accounts, vorher ging es ja erstmal nur mit amerikanischem Account, also wenn ihr ein amerikanisches Microsoft-Konto hattet, jetzt geht es halt auch generell, ähm, ja, startmäßig ist das Ganze nicht so verfügbar, also ihr könnt nur eine begrenzte Anzahl an Apps über den Microsoft-Store runterladen, so läuft das Ganze ja hier, die sind ja hier Microsoft gepaart da mit den Microsoft, äh, mit den Amazon-App-Store, so. Man kann aber auch Third-Party-Stores runterladen, wie Aptoid oder APK-Pure, Pure, oder wie das da heißt, ja, und zum Teil funktioniert das, zum Teil auch nicht, Angry Birds ist zum Glück ein Game, was so läuft, und deswegen, ja, zocken wir das Ganze und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange, wir werden jetzt fünf Level spielen, ähm, wir müssen alle Level nochmal neu machen, aber jetzt ist das hier, finally machen wir das hier so über den Weg, das ist einfach der beste Weg, also, das Projekt läuft ab jetzt weiter und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange, wir legen sofort los, let's go. Und wir starten erst mal das Tutorial und genau, da machen wir die ersten fünf Level, da waren wir ja stehen geblieben, genau, let's go, ich freue mich, aber ich muss ja gerade ein Bildchen ein bisschen drehen, so, das Mikrofon ist nämlich ein bisschen im Weg. Ja, das ist das Problem, was der uns da gerade anzeigt, das können wir leider nicht machen, weil natürlich diese Touch-Technik nicht unterstützt wird. Die kann ich natürlich mit der Maus nicht machen, so, das erste Level haben wir gemacht, wir gehen zum zweiten. Und wir müssen uns auch ein bisschen Werbung immer reinziehen. Aber ich würde sagen, das passt. Mhm, auch eine Angry Birds-Werbung. Mhm. Nee, wir wollen es nicht herunterladen. So, jetzt sind wir im zweiten Level. Leider, wie gesagt, können wir nicht rauszoomen, aber ich denke, das passt. Ja, das können wir leider nicht machen, I'm sorry. I'm sorry, mein Laptop hat auch leider keine Touch-Wirklichkeit. Aber es klappt ja soweit bis jetzt auch so ganz gut. Ich hoffe, das wird kein Problem im Laufe des Projekts. So, Level Nummer 3. Können wir nicht tauschen? Nee, können wir nicht. Ja, aber... Och, nee, das machen wir nochmal neu. Okay. Wow. Genau derselbe Scheiß nochmal. So. Naja. Könnte besser sein, aber... Ist nicht so einfach. Zack. Und? Oh, ja. Oh, nee, das ist aber blöd. Warte mal, wenn das jetzt so ist, ist es blöd. Da müssen wir nochmal ein bisschen anders machen. Ungefähr so. Ja, das war gut. Das war sehr gut. So machen wir das. zack. Perfekt. Level 3. Das ist wunderbar geschafft. Gehen wir in Level 4 Okay See Wo du schießt Aktiviere das Jetzt holen Ja komm Aktivieren wir das Müssen wir ein bisschen Werbung klotzen Ist auch alles Angry Birds Werbung So wie es aussieht So wie es aussieht Ich muss das Mikrofon ein bisschen runterdrücken So Stellen wir das mal ein bisschen anders ein Damit ich auch mal hier was sehe So schließen Oh ja cool Jetzt haben wir so ein Zielrohr Das bietet sich wunderbar an Aber tauschen können wir nicht Oh aber das ist Perfekt Oh ja Bam Wie scheiße bauten ihr Bitteschön Ja äh geht der auch wieder zurück Ja Okay ich dachte schon Bisschen höher Und zwar so Oh yeah Und das fliegt auch noch runter Oh ja Das hat gut Wumms gemacht Bisschen höher würde ich sagen Scheiße Scheiße Na komm Schick uns bitte mal wieder zurück Ja 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 Ich will mich ver... Mein Gott Mach doch mal Geht doch Damit haben wir ja Level 4 gemacht Ich weiß gar nicht Oder machen wir da ein Wechsellevel Weil wir schon Level 5 sind Egal wir machen jetzt noch ein Level Und dann hören wir einfach auf Dann haben wir auf jeden Fall die 5 gemacht Oder auch 6 Können wir das auch nachschauen Aber wir machen jetzt einfach noch eins Schadet nicht Äh Nö Vielleicht später Okay Schon wieder neue Vögel Das werden wir erstmal alles kennen hier Das leckt ein bisschen Schein mit der Virtualisierung Mit der Emulation hier nicht so gut zu funktionieren Aber bis jetzt läuft's Und oh Hat einer gefurzelt Oder warum haben wir da einen Kuchen Schade Ah der Kuchen schützt Das ist auch nicht geil Der Kuchen schützt Das ist auch nicht geil Na komm Willst du nicht mal sterben Da bleibt er lieber liegen Ne doch nicht Hä Geh doch mal zurück Oh ja Das war gut Ich dachte es war scheiße Aber das war tatsächlich gut Und es gibt doch Ich dachte es gibt nur 2 Sterne Aber es gibt doch volle Sterne Wir gucken mal in die Liste Wir haben tatsächlich Ne Wir haben 5 Level gespielt Äh Dann gehen wir wieder ganz zurück Okay Wir holen uns noch Wir gönnen uns jetzt noch hier das Let's go Oh mal wieder die Werbung Dann gehen wir hier wieder raus Schließen Und Dann mal jetzt Oh wir können Vogel Äh Cash holen wir uns Oder Ach ne wir kriegen alles Okay nice Das war nicht schlecht Gut Leute Damit würde ich sagen Ja Das ganze war es jetzt erstmal Ja Wir sehen uns in der nächsten Folge Ab jetzt gibt es das Projekt wieder Und Ja Wenn euch das ganze gefallen hat Zur neuen ersten Folge Würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen Und wenn ihr weiterhin hier auf diesen Kanal Nichts verpassen wollt Könnt ihr natürlich auch abonnieren Ich bin draus Ciao Leute